einen wunderschönen guten morgen wir haben heute wir haben heute media day die mannschaften kommen an und weil die wege kurz sind haben wir es gut wir laufen gerade vom tulip in so ein partner hotel zur sportstadt ist auf glücklicherweise ist das alles in einem gebäude das gebäude heißt neukur spiel arena die live gmbh da gehen wir sind die büro-räumlichkeiten sind direkt im stadion da kommt auch schon die sportstadt eine maske auf und dann geht es los hallo 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 schon wieder natürlich muss ich ja auch zu meinen sachen kommen also ich sage so viel floh hat gerade gemeint sie fangen mit den langweiligsten an kannst du erklären warum oder kein kommentar ich bin nicht drauf hier heute ist vlog übern media da ist genau wie ätzend das sein musste ich das ist ja so leicht das schaut ja immer gut aus egal was immer dass du dann so einmal warum sind wir nicht eins zwei drei und vier hat das stimmt eigentlich aber ich da hat er verkackt ernsthaft ja weißt du alex hat wirklich eine aufgabe nur ne wurscht er überhaupt der der arbeitet noch ich habe gar nichts zu sagen ich habe nur kritisch angemerkt das wäre ein winters tinder profil der crowd hat mich gebeten das zu tun und das mache ich natürlich gerne und ja wir haben jetzt gleich unser fotoshooting ich gehe jetzt hier gerade mal raus und such meinen kleinen bruder direkt am handy und georg was haben heute so gemacht bisher so leute da sind wir und da haben wir unsere andere hälfte eingesammelt sagt man irgendwas nettes also läuft schon mal die leute wissen schon so sieht es aus wenn man lässig ist das ist eine gute frage tentakel torsten findet es so sehr lässig was wir haben da drin ist das ist ein grüner zaubertrank das ist für spielvorbereitung so wir haben uns jetzt mal in stress geworfen aber wir haben noch eine kleinigkeit vergessen und georg ist jung und wer jung ist kann laufen so wir sind jetzt fertig mit dem shooting und jetzt geht's ab ins zimmer ja ich hoffe es hat euch gefallen dann in daumen nach oben morgen um 14 uhr einschalten und bis dann macht's gut ciao ich zähl auf euch